Die Rap-Produktion des Senegal steht weltweit an dritter Stelle, vor allem in Dakar, aber auch auf dem Land bildete der Sehnerab eigene, auf Landes übliche Traditionen zurückgreifende Stile aus. Anfänglich wegen ihrer krassen Sprache abgelehnt, werden die Rapper inzwischen als mündliche Journalisten, als Wahrsprecher und Hoffnungsträger auch von der älteren Generation respektiert. Ihre sozialen, politischen oder religionskritischen Stellungnahmen werden von allen Radiosendern verbreitet. Die Rap-Produktion des Rap-Produktion des Rap-Produktion des Rap-Produktionen sind wir, also müssen wir, also müssen wir. Ich spreche mit dem Hoffnung, aber auch zu sagen, dass es nicht mehr geht, sondern sich auszulieren und nicht mehr zurückzunehmen. Wir sind diejenigen, die uns zu beurteilen, die unser Land zu beurteilen. Es ist wichtig, wie die Kinder zu bedenken, Es ist besser als wir, dass es die Toleranz über die Welt gibt. Dass es jetzt nicht mehr reproduzieren, die Tanta-Tanta-Tanta-Tanta-Tanta-Tanta-Tanta-Tanta. Wir sind alle, dass sie in einer sozialen Gesellschaft leben. Manchmal sagen sie, dass es utopisch ist. Aber wir wollen, dass das Leben eine Realität ist. Wir kämpfen nicht mit einem Feuer oder Blaschen. Wir kämpfen mit dem Verbe. Wir shifted an있는 Kulturrerie. Wir freuen uns zu gucken. Was ich haben, was ich haben? Was wir für die ganze Feuer? Was wir für die Gang? Was wir klickern? Wir bizenten Leben. Wir müssen zum Jubiläinen. Was wir b cuestión? Das macht mich besonders gut. Wir sollten Dinge tun. Wir stellen uns für die Geschichte. Wir werden die Geräte. Wir machen wieder eine Sisters. Wir begren Menschen, Mexical und Demhetto. Wir müssen uns eine Zuschauer bitten. Aber da machen wir so, wir machen die possiamo. Ich hab mir geholfen und anzusehen Ich bin ich mehr gefilte Ich bin ich nicht mehr Ich bin es sehr angenehm Ich mich bin es für immer ...Achia-Kühe Ich kann euch nicht mehr Ich bin ich schon Ich werde es nicht mehr Musik Musik